Privilegierung bedeutet in der Rechtswissenschaft die gerechtfertigte, positive Ausnahme von der Regel der Gleichberechtigung. Beispiele hierfür sind privilegierte Straftaten, wie die Tötung auf Verlangen oder aus dem öffentlichen Baurecht Bauvorhaben. Sie dürfen nicht mit den Privilegien verwechselt werden, die früher Personen gewissen Standes für sich beanspruchen konnten. Strafrecht Der Begriff der Privilegierung betrifft den Deliktsaufbau im Strafrecht und stellt das Gegenstück zur Qualifikation. Ausgangspunkt der Qualifikation ist stets das Grunddelikt. Bestimmte Tatbestandsmerkmale, die die Anwendung eines Strafsatzes bedingen, begründen die Strafbarkeit durch ein bestimmtes Verhalten. Das Hinzutreten erst weiterer Umstände, mithin weiterer Tatbestandselemente, durch die das Delikt milder bestraft wird, ändern den Strafrahmen. Dieses milder bestrafte Delikt wird als Privilegierung des Grunddelikts bezeichnet. Als Beispiel für das österreichische Strafrecht sei der Diebstahl als Grunddelikt genannt. Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen mit dem Vorsatz wegnimmt, sich oder einen Dritten durch deren Zweignung unrechtmäßig zu bereichern, ist zu bestrafen. Begeht der Täter nun aber einen Diebstahl aus Not, aus Unbesonnenheit oder zur Befriedigung eines Gelüstes in Bezug auf eine Sache geringen Wertes. So ist dieser nur nach dem Delikt der Entwendung und damit milder, nämlich mit maximal einem Sechstel der Strafdrohung für Diebstahl, zu bestrafen. Die Entwendung ist in diesem Sinne eine Privilegierung des Diebstahls. Untertitelung des Diebstahls Untertitelung des Diebstahls Untertitelung des Diebstahls